Dieses Wunschwerk kann nur wohl eine Hexe sein. Hexe! Hexe! Ja, brenn uns aus! Hexe bitte! Hexe! Soll ich auch so ein Hexe sein? Wie gesagt, in den großen Wunsch von Petrus von Teufelsmauer, durch beide jahrelange Erfahrung und das Wissen über das satanische Böse, kann ich euch versichern, dies ist kein unschönliches altes Weib, sondern ein Hexenwesen. Sie ist wohl ein Dämonenbesetzungswesen, welches dem Werk des Zeugels zugetan ist und gesandt wurde, um euch alle zu täuschen und um euch dann mit den satanischen Kahlen des Bösen zu vergiften. Dieses Wesen wird von mir und der Heiligen Kirche der Hexe ein Reif beschuldigt. Und aus diesem Grund gibt es nur für mich einen Weg, diesen von Lucifer der seuchten Körper zu reinigen. Die Reinigung der Finsternis schweigt! Was? Ich verstehe kein Hexisch! Die Reinigung der Finsternis kann nur durch das heilige Feuer beginnen. Beleiten! Hier kommt die Hörstern! Ja! So, so! Nur dann, diese verlorene Seele und dem Weg zu unserem großen Herrn mit der Hilfe, mit der Kraft, die von mir in der Kirche übertragen wurde, versiere ich die heilige Räsektion! Christen, entfache das Feuer, die sich jemilische Hexe zu stellen, was in unseren Herrn und Schöpfe sauber und rein begegnen wäre. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß.